Du bist der Nächste Olaf. Einhorn. Teekanne. Uh, Elsa. Olaf bekommt eine neue Regel. Kein Verwandeln. Aber egal, das wird ein Kinderspiel. Oh, äh, abgelenkt. Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Raubst du den Klippen? Ich fliege weg! Das Königreich ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antworten. Geh nach Norden. Durchquere den verzauberten Wald. Hinein ins Unbekannte. Wir machen das gemeinsam, ja? Seid vorsichtig. Die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. Das ist normal. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Olaf. Oh, entschuldigt. Ich finde Kleidung beklemmend. Irgendjemand ruft uns. Wer ist es? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen. Und sie sind Riese. Versuch nicht zu schreien. Nadie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal was passiert. Wenn jemand Arendell retten kann, dann du. Die Eiskönigin 2 Wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird? Och, nee, nee, nee. Nicht abdecken. Du weißt nicht, wo ich gerade reingelatscht bin. Dann wäre es. Ohne die Dame. Ich binな variables. Vielen Dank.